Nach 70 Jahren gibt's im Königreich Großbritannien endlich auch mal wieder einen König. Und so fuhren die Menschen in die große Hauptstadt, waren guter Dinge und fröhlich aufgeregt. Ach, wie schön! Manchen ist dieser aristokratische Firlefanz einfach zu teuer. Na gut, Vorschlag zur Güte. Wir haben einen Bundespräsidenten, und er ist so schrecklich günstig. Und er ist auch so powerless wie dein König. Warum holst du ihn nicht? Weil niemand hierher kommen würde, um unseren Präsidenten zu sehen. Ja, ja. Sie würden, you know... No-one cares? Nein. Hast du wirklich einen Lebenskrieg gebraucht? Ist es nicht günstiger, wenn die Winters sich in den nächsten Seasons von der Krone spielen? Ich bin sicher, es würde sein. Ja. Nein, sie sind nicht selbst, sie sind nicht selbst, sie sind nicht selbst, sie sind die ganze Nation. Der König ist alles, was gut ist über Britannien und über den Commonwealth. Ich verstehe es richtig, Monarchie ist ein guter Ding, aber die EU war nicht genug für dich? Die EU ist ein völlig anderes Thema. Unser Bundespräsident ist so bürgerlich. Willst du ihn sehen, ich zeige dir? Ja, ich zeige dir, okay. Ja, ja, vielleicht. Was denkst du davon? Ich bin nicht sicher, dass die Krone zu sein würde. Wir haben ja auch eine Art König, ne? Haben wir? Wer denn? Markus Söder. Und wer ist das? 250 Millionen. Und wer arbeitet das? 250 Millionen. Man kann viel auch mit 250 Millionen. Du kannst auch mit 250 Millionen machen. Du kannst in Deutschland kaufen viel Wärmepumpen. Wärmepumpen? Wärmepumpen. Wärmepumpen. So jetzt beruhigen wir uns alle mal, Kinder. Ganz ruhig. Das ist eine schöne Sache hier, da müssen wir jetzt nicht so ein Theater machen. Nur mit dem Wetter, das kriegen sie irgendwie nicht hin. Am Tag der Krönung fragte ich mich, wer hat den ganzen Bums hier eigentlich organisiert? Großbritannien. Schön, dass es in dieser Welt noch so einen verschwenderischen Quatsch gibt. So mit Flugzeugen, aus denen Farbe rauskommt. Schön. God save the King.